Hey Freda Ja Ich bin Jorah Unsere Brüeinbrüders Joa, komm Schessler Was ist das? Ei, unsere Brüeinbrüders Sag mal leise und heute besuchen wir das SkySauce Stimmt Ey, warte, ey Ich hab so Angst für mich Guck mal wie dunkel das ist Unsere Schuhe Auf der Kamera sitzt es gar nicht so dunkel auf Ne? Aber es ist dunkel Das ist nie wie immer Alles wachen bei uns Ne? Ui jo Da kommen einfach so richtig viele Leute Ich hab Angst, Schäfer, die kommen jetzt Aber wie alle Du hast verlassen, das Haus ist da hinten Genau da Hey, du machst die Funde für dich Da Ja 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 Aber soll ich von er... Ui Ja Nein, nein Lass von außen rum, da ist kein Zaun Aber da ging nicht Oder lass von da, da ist der Zaun kaputt Nein, komm Mann Der hat uns so angeguckt Heftig, Alter Ja, na klar Aber warte mal Nein, aber ey Der Mann kann uns sehen Warte, ich hab noch gehört Ich hab was gehört Hier ist mein Parkhaus Letztes Jahr Guck mal Fünfte Klasse Kennst du nicht? Da war dieser Polizist da Und jeder hatte uns dann Äh, fast Alarmiert Der meinte so Ich ruf Polizei Da sind wir alle abgehauen Nein Das ist Parkhaus Lass die nicht Lass die nicht Lass die nicht Lass die nicht Die hatten alle schwarz an Ja Die sahen richtig aus Das ist ja noch Ja, angebnis So sehen die auch Ja, weißt du Da sahen wie Mafia aus Ja, Alter Weißt du, das sahen richtig Wie Gangs Ey, warum lassen die nicht Aber ey, wenn die uns schlagen sollten Schmerzensgeld auf unser Nacken Mach mal ein Handylicht Mach mal ein Handylicht Mach mal ein Handylicht Ja, okay Sagt ruhig Was? 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 Was ist denn da? Ja Ich fülle alles So creepy Warte! Soll ich hier halten? Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Vielleicht kommen die anderen. Was ist das? Irgendwann? Haben sie das krasse da hinbekommen? Komm, Papa! Da! Komm! Sag noch mal! Sag! Wieso meinst du so cool hast? Nein! Schlaf doch! Feine! Was? Das ist doch hoch! Horror! Was? Nein! Nein, aber die können uns Polizei erlauben! Lass hier bleiben! Das ist schon ein Länge creepy! Und dann noch dieser Parkhaus! Ich da! Da kommt einer! Da war so eine Puppe! Ja, ich komm, wie creepy das aus! Letztens mal war das so beleuchtet, ne? Dieser Packer! Einmal, stimmt doch! Das war doch voll beleuchtet! Das ist so dunkel jetzt! Das sieht an Kamera so dunkel aus! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Alles, was war das? Peter, komm! Peter? Okay, go! Peter, bitte! Peter, bitte! Lass uns auch los mal! Oh mein Gott! Peter, bitte! Ja, sehr schön. Oh mein Gott! Ich weiss, wir sind noch nicht. Ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Ich weiß... Doch, doch! Doch, doch. Alle kam doch. Ich weiß nichts. Das ist doch nichts. Was ist das? Was ist das? Die Lichter gehen einfach an. Weißt du was ich im Moment dachte? Der hat Licht an gemacht. Hast du Licht an gemacht? Das ist nur... Hey was... Das geht nicht angehen. Aber mit... Diese Lichter gehen einfach an. Weißt du was? Ich hab nicht schon können. Ne? Tür ist offen. Weißt du... Ich hab mir gerade vorgestellt... Ich hab mir gerade vorgestellt... Das ist einer von denen. Das ist einer von denen? Ich hab für einen kleinen Moment gedacht, dass da ein... Dass der Hausmeister da wäre und uns rausschicken wollte. Ey! Geht nicht dahin. Nein, nein, nein. Geht nicht. Das ist unsicher. Geht nicht dahin. Weil ich dachte jetzt... Ich... Warte mal... Da steht ja Dinges... Wann ist... Gültig... Ab Jahr... Wo steht Öffnungs... Weil wenn Sonntag... Wenn da Feiertage steht... Dann dürfen die da rein. Ist das immer noch... Ja! Ja! Das ist die Kamera... Ein Bist, Hammer! Was steht das? Was steht das? Ey, Handle, Handle... Was stehts? Wie geht das? Lass es hoch, 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 keine andere Seite, das ist Äckchen, Handel, ich war kurz davor zu sagen, das Kapuze anziehen, aber ich hatte, da war jetzt gerade was, hast du das, brauchst du das, diese Puff, ein Mann hat die Tür zu, die Tür ist zu, die Tür ist zu, ich gehe jetzt weg, scheiß drauf, ich gehe jetzt, kein Bock mehr, auf Hauptschädung, ja Leute, ich würde sagen, das war, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video, so creepy, ja geil.